Juhu, so, wir gucken mal, was wir jetzt bauen, das Portal haben wir ja mit den Pilzen, da könnte man vielleicht mal anfangen, mal schauen, so, jo, und zwar ist Dunkelhausen, ich werde mal mit den Pilzen anfangen, dann nehmen wir mal hier so einen Pilz mit, wo habe ich denn eigentlich die anderen Pilze, ich hatte doch letztes noch solche, ach hier, braunen Pilzen, so, Knochenmehl brauche ich noch dazu, genau, mhm, mhm, das kann man hier reinhauen, okay, habe ich denn eigentlich, das nehme ich einmal mit, falls mir wieder ein Schaf begegnet, dann will ich noch das hier mal eben schnell haben, das tue ich mal weg, das auch, jo, genau, okay, ich gehe erst mal schlafen, schnell, okay, so, jetzt habe ich ja dann heute schon die Folge 41, schlafen, also habe ich denn die Mops angeschalten, uh, auf Hort, aha, das ist natürlich dann normal, ne, ja, kann ich gerade schlafen, ne, uh, ich glaube, ich hatte mal was ausprobiert, ja, ach so, ein Zeug, der wird mal mitten von einem Monster geweckt, das ist nicht mein Fall, so, da oben haben wir das Portal, dann Weg müssen wir auch noch bauen, bei Gelegenheit, servus, ha so, ach so, ich wollte mal schnell hier abernten, mal schnell hier abernten, so, jawohl, dann hier noch, na, ach jetzt, so, haben wir jetzt einen Seed, hier ist er, da muss ich das mal schnell hier so machen, genau, weil wir wollten ja irgendwann noch so eine tolle Viehform oder irgend sowas, ne, also müssen wir ja natürlich ein bisschen Weizen anbauen, ne, machen wir eben noch zwei Weizen, so, okay, jawohl, kann es wachsen hier, die ganze Sache, also, also, ist halt leider blöd mit dir, ne, dass du keinen Spielpartner hast, so, okay, dann werden wir mal mit den ersten Bilds anfangen, wo bauen wir denn den hin, wo machen wir denn die Bildslandschaft, hier haben wir den Weg noch da, ach, ich würde sagen, hier vielleicht, da haben wir gleich Wasser, und dann, ne, jawohl, dann machen wir das hier, also, wir setzen jetzt diesen tollen Bilds hier her, und einmal mit den Knochenmehl drauf, yeah, jetzt haben wir einen riesen Fliegenpilz, wow, das ist so fetzig, ach, ich hätte mir ja noch ein paar Leitern mitbringen können, nicht Arsch, hmm, warte mal, sieht toll aus, haha, ja, und dann hatte ich da so eine Idee, ich weiß jetzt gar nicht, hier drin ist dabei, aber erst mal brauche ich, auch, leider, also, ich werde da denken, jedes Mal, wenn ich aufnehme, bin ich müde, wahr, aber das ist leider so, ich bin immer müde, nee, nicht immer, aber, aber meist halt, das ist, glaube ich, chronisch müde, kann man sagen, nee, das liegt einfach am Wetter, glaub ich, ich weiß ja, das ist, Dugelhausen, und, oh, da ist einfach schläfrisch drauf, hier. So, und jetzt habe ich mir einfach gedacht, wir machen jetzt hier so einen, also erst einmal hier in Träpschen her, okay, und hauen hier mal auf, ja, 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 komm hoch, so, jetzt höre ich runterfallen, so, und dann machen wir hier das kaputt, hauen hier dort rein, muss ich das doch mal weg tun hier, so, und tun hier so einen braunen Pilz drauf, na, und dann nochmal mit Knochenmehl, da muss ich, glaube ich, ein bisschen Deckung geben hier, yeah, cool, jetzt ist halt das Ding, ähm, boah, das ist ja viel größer als der andere, ey, ha, ha, cool, da werden wir das hier noch dicht bauen, würde ich sagen, hier bauen wir jetzt mal noch ein Träpschen hoch, ach, shit, Moment, das ist irgendwie mal jetzt hier, das hier so, mal kurz ein bisschen, oben rankommen, genau, so, jetzt, ja, ja, und ihr seht, also solche braunen Pilze sind nur wie eine Plattform, ne, aber das macht ja nichts, jetzt habe ich mir gedacht, ich mache jetzt hier einfach noch so einen, ähm, dort her, und nimm noch so einen Fliegenpilz, genau, und dann wieder ein bisschen Knochenmehl, zack, da haben wir das nächste Gebäude, yeah, geil, und dann machen wir hier wieder Treppen her, ok, und das ist jetzt ein geiles Pilzhaus, yeah, würde ich sagen, so, sehr schön, jetzt können wir hier mal wieder runter gehen, Das sieht ganz schön hoch jetzt hier, ne? Drei-stöckisches Pilzhaus. Das machen wir weg hier. So, dann gehen wir hier wieder runter. So, wie sieht das jetzt von außen aus? Ah, ist ja cool. Ist ja cool. Das ist ja cool. Also, die Plattform ist echt lang, ne? Ey, das sieht ja richtig schnuckig aus. Aua, echt, ey. Da kann man ja schon mal ein bisschen Holz holen. Obwohl, das kann man auch gleich hier machen in der Nähe. Bäume haben wir ja wohl. Hier in der Nähe. Ja, sieht interessant aus. Ob ich die Fackeln dabei? Jupp, die Fackeln nochmal dabei. Warte mal, ich... Naja, ich hole erstmal wegen Holz hier. Können wir das schon mal ein bisschen hübsch bauen hier. Tja, nicht schlecht. Hä, was ist denn jetzt los? Achso, ja. Das passt schon. Weil wir dann neu angefangen hatten. Hier mit der Regalise-Version. Dann ist das normal. So, muss ich jetzt mal schauen. Wann langt das eigentlich jetzt hier auch so? Ah, ja. Sehr schön. Dann machen wir mal noch ein Bäumchen. Kann man ja jetzt ja egal wahlweise eins nehmen hier. Oh, ach, du, hi, les gens. Na toll. Also hier wollte ich jetzt gar nicht her. Moment, das ist jetzt ja gar nicht schön hier. Ich wollte jetzt hier nicht her. So, na. So, was denn? Wir gehen ja gleich. Mein Kettchen schreit nach mir. Na ja, schreien das nicht direkt, aber... Dann mal kurz mich jaut. Solang es noch mich jaut, ist das noch gut. So, sehr schön. Okay, wo sind wir denn daheim hier? Okay, also hier ist auch ein riesen Loch, ey. Also sowas gefährliches. Na? Muss mal aufpassen hier. Ha, sieht aus. Also am besten sieht es glaube ich aus, wenn man die Plattform hat und den kleinen Bildstrieber. Aber jetzt hier das drunter noch und so. Bescheid. Aber okay, macht jetzt nichts. So, hier machen wir noch das hier mal fertig. Jawoll. So, jetzt tun wir hier mal das bisschen hübsch machen. Jetzt tun wir hier den Eingang. Hier ist der Eingang. Dann machen wir hier noch einen Leiderschen hin. Und dann bauen wir das hier dicht am besten. Das geht jetzt nämlich nicht hier, ne? Das ist blöd. Wartet mal. Wie mache ich das jetzt hier? Ja. Na Moment. Wie machen wir denn das? Wie machen wir denn das? Wie machen wir denn das? Wie machen wir das? Vielleicht hier abgemacht? Nein. Nein, nicht so gut, oder? Nein, das ist Mist. Wartet mal. Shit. Hm. einen guten Stamm kann man ja auch wegmachen rein hier, ne, da komme ich ja nochmal hoch, das ist blöd, aber so ein Träppchen kann man wegmachen, naja, das ist ja auch Quatsch, da komme ich ja so oder so nicht hoch, das ist vielleicht sogar, so, dann lasse ich das einfach hier so, oh, eins zu viel, dann mache ich das hier so, okay, ist ja wie so ein, ein Leuchtturm, gut, ein Leuchtturm, jetzt habe ich hier ein Loch, wartet mal, ein Loch habe ich jetzt hier, könnte ich, das ist auch ein Loch, habe ich denn zwei Löcher gemacht, ach nee, könnte ich ein Glas nehmen, so, ich hole dich mal schnell ein Glas, au, aua, machten weh, darf ich nicht mein Zeug mitnehmen hier, so, ist ja nicht, wäre auch nicht schlecht hier, an mein Leuchtbildsturm, ja, das ist interessant, ja, dann machen wir Glas, oh, dann machen wir auch die Glas, wie ich das jetzt so vorhabe, ne, wir schauen mal, gucken, wie wir mal Sand machen, ach so, da hätte ich jetzt wirklich auch jetzt mal, so ein Küstchen, ach shit, naja, aber ich halte immer mal hin und her, egal jetzt, so, wir machen mal aus die Innen, Ausstattung, von den Leuchtturm, wie viel Glas haben wir denn, äh, Glas, ah ja, 35 Mal, gut, da könnten wir ja erst mal, ach so, wir könnten ja auch das nehmen, ne, ich nehme das jetzt hier, so, bis auf, wir machen jetzt erst mal Glas, Dürren brauchen wir nicht, ähm, ähm, na gut, wir schauen dann mal, klar, zuwählen, ähm, jo, also, mein Bildsturm hier, ja, also, ich habe mir jetzt gedacht, ich mache jetzt hier, hier, was auf, hier haben wir ja schon mal jetzt dicht, und dann nehmen wir hier einfach jetzt, äh, da muss ich, glaube ich, mal rauf, ähm, das könnten wir lassen vielleicht, aber hier Glas, ja, und hier halt dann auch, so vielleicht, ich habe mir gedacht, jetzt haben wir halt hier immer einen durchgängigen Weg, warte mal, da können wir doch eigentlich das hier so machen, und dann das hier so, ne, warte mal, ne, das geht nicht, da hätte ich ja dann hier gleich machen müssen, den Eingang halt, meine ich jetzt, na ja, ist jetzt nicht so schlimm, dann lassen wir das jetzt hier so, so, okay, aber jetzt kann ich hier gar nichts reinstellen, na ja, ich habe jetzt eigentlich gedacht, ne, jetzt passt ja eigentlich, ne, jetzt geht ja, passt schon, ich do das jetzt hier, wartet mal, ähm, ne, das ist Mist, Moment, oder, da, die Form ist so groß, doch, doch, das machen wir einfach, wir ziehen das ganze Glas runter, von hier oben bis da runter, aber ich müsste da jetzt irgendwie hier rauf, also ich meine das jetzt hier so, wir tun das einfach verbinden mit der Plattform, um das Glas, da können wir das unten weghauen, glaube ich mal, ich tun wir hier ins noch her, boppen, also, müsste jetzt hier dann hier eins her, ach, shit, also, also, so mal dann, das ist aber schon ein bisschen hoch, ja, ne, ich habe da jetzt ein bisschen Höhenangst, ne, das ist scheiße, da muss ich mir mal hier, kann man eigentlich auf die Leiter noch stehen, wartet mal, warten das, warten das, Moment, nein, geht nicht, hm, ach, shit, ach, moment, ich muss mal ans Telefon kurz, naja, ich bin wieder da, also, ich habe mir jetzt gedacht, ich tue das hier verbinden mit der Plattform, hier oben halt, wie ich das jetzt gesagt habe, aber irgendwie müsste ich, also, schön wäre, als wenn ich das kriegen hätte können, aha, ne, ich gehe einfach hier rauf, wartet mal, na, geh halt mal rauf, was ist denn los, Männl, so, hangeln mich hier den, hier runde, hier ist ja schon ein Glas, wenn ich das jetzt einfach mal weghau wieder, und setze das hier an, und tue das dann einfach von, na, da komme ich hier auch nicht hin, na, ist ja wurscht, ich mache jetzt erstmal hier außenrum überall Glas hin, dann müsste ich das unten wahrscheinlich schon auch wieder weg, ich schaue nochmal, ok, so, ist halt ein Pilzfantasiehaus, ein bisschen, mit Glasumbrandung, ne, da muss ich aber dann noch mehr Glas schmelzen, das werde ich vielleicht gleich mal noch machen, so, und während es schmilzt, kann ich mich ja dann doch langsam, glaube ich, wieder verabschieden, und das wäre mal halt, oh ne, das ist alle, shit, shit, naja, da werden wir das dann einfach von unten weiterzimmern, ne, aber so haben wir schon mal den Grund, wo wir ansetzen müssen, und das lassen wir jetzt erstmal vor Schreck hier, ich weiß jetzt noch nicht so genau, sieht jetzt aus, ach jo, eigentlich ganz gut, ne, ja, ja, schön, 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 haue ich noch schnell ein bisschen Sand in den Ofen, und dann machen wir einfach mal, das nächste Mal weiter, mit diesem tollen, Bildshaus, so, also Sand, den besten Schall ist gleich um zwei, na, was ist denn jetzt hier her, zwei Öfen rein, so, hier haben wir Kohle, und dann wäre ich da auch mal in diesem Haus, je nachdem wie der Platz ist, aber ich denke, das kriegt man schon hin, auch mal was hinstellen mit Öfen oder sowas jetzt, weil das ist doch immer blöd, immer hier herzurammeln, ne, so, wenn das jetzt hier schmilzt, dann lassen wir das mal schmilzen, ich hol es dann noch raus, und wir sehen uns das nächste Mal wieder, also bis dahin, und nächstes Mal geht es weiter beim Bildshaus, Tschö!